eine neue runde mit einer einschusswaffe und die macht richtige einschüsse aber sowas von jetzt haben wir den bisschen aufgewühlt den guten jetzt haben wir es das hat aber gedauert ich habe auch nicht mehr getroffen ich finde den sollten manchmal schwer zu treffen weil er so dämlich rum rennt er tut immer so als wenn er eigentlich sieht und dann kommt er doch angelaufen genau hier gibt es so ein kasten sehr gut jetzt machen die auch wirklich sind die kästen weil wir ja nicht so viel kaufen können genau ich kann nicht mehr tragen sagte ist ja auch vollstecker voll traurig bin ich schalte mal auf pistole um nur pistole ist auch nicht verkehrt ein bisschen zu üben ein paar leute platz zu machen hier ich glaube ich gehe über die brücke hast du den geschossen dahin die leuchtet auch rot hier ist der saaten mutter ja dann werden von da hinten glaube ich gegner kommen aus der richtung oh ja scheiße bist du beschossen ja nämlich dreimal es sind dreimal geschossen alter wie die nerven ja ich bin aber getroffen ja ja